Halli, Hallo, Hallöle, hier ist mal wieder eure Cameo Maus, der Andreas und wir werden heute uns mit einem oder ich fange heute eine Reihe von Tutorials an, die sich mit den einzelnen Menüpunkten hier drüben beschäftigen. Heute fangen wir an dann mit Seiteneinstellungen. Es gibt Menüpunkte, da müssen wir noch ein bisschen warten. Picscannmathe, ja gut ich habe es nicht so mit Ordnung, die habe ich irgendwo verbaselt, die muss ich erstmal wiederfinden, bevor ich das machen kann. Und das sind auch noch ein zwei Punkte, die ich auch nicht so selber nutze, da gucken wir mal was wir machen können. Wie immer benutze ich dazu mein Macbook mit der neuesten Version, ich habe heute ein Update-Date installiert, ich weiß gar nicht was es ist. Und das Silhouette Studio in der Version 4.4.476.ss.de. Und wie immer an dieser Stelle SS für Silhouette Studio, BE für Business Edition. Und wie auch wie immer an dieser Stelle empfehle ich euch die Designer Edition. Da sind wir gerade bei dem Thema. Ich bin gefragt worden, Andreas, gibt es diesen Menüpunkt einen Bogen zeichnen? Bei der Designer Edition nicht mehr. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob sich da was verändert hat. Ich kann es auch oder also ich habe es nicht gelesen bei dieser Vergleichstabelle, wo drin steht, welche Möglichkeiten euch geboten werden bei den verschiedenen Versionen. Wenn ihr eine Designer Edition habt und ihr habt diesen Menüpunkt nicht mehr, schreibt mir bitte einen kurzen Kommentar unten rein. Andreas habe ich nicht mehr, dann weiß ich das und kann das im nächsten Tutorial dann auch noch mal so sagen, weil ich komme da nicht mehr dran. Gut, gehen wir weg davon. Jetzt zu dem Menü Seiteneinstellung. Also Fenster, Seiten, Werkzeuge öffnen. Das ist hier oben rechts. Draufklicken, draufklicken, dann geht es auf. Dann seht ihr hier drei Untermenüpunkte. Das eine ist Einstellung des Designgebiets. Das zweite ist Raster und Hilfswerkzeuge Einstellung. Das steht da nämlich nicht. Da kommt nämlich häufig eine Frage, wo versteckt sich das? Und das letzte ist die Passermarkierung, also die Passmarken für Print & Cut. Heute geht es nur um die Einstellung des Designgebiets. Ich mache also jetzt kürzere Videos zum Nachschlagen. Da braucht ihr nicht stundenlang reingucken. Und neu für mich auf YouTube gibt es jetzt so Kapitelmarker. Da könnt ihr auch unten direkt da hinspringen und müsst nicht immer das Einführungsteil angucken, wenn ihr mal wieder nachgucken wollt. Gut, was haben wir da? Maschine. Das ist der erste Punkt. Ich arbeite alles nach und nach ab und gehe dann zwischendurch nochmal auf speziellere Sachen ein. Also Maschine macht eigentlich im Normalfall das Silhouette Studio alleine. Habe ich bis jetzt noch nie was eingestellt. Aber gut, ich besitze ja auch nur eine Cameo. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann es sein, dass ihr hier wahrscheinlich was einstellen müsst. Und was wozu man keiner braucht, keine Ahnung. Vielleicht kann mir da ja einer helfen und sagen, Andreas, dafür braucht man das. Ich persönlich habe es noch nie benötigt. Von da aus kann ich euch da nicht weiterhelfen. Dann gibt es die Schneidematte. Auch hier im Normalfall automatisch Cameo. Das heißt, ihr bekommt die 12x12 Matte angezeigt. Ihr könnt hier aber auch verschiedene Sachen wählen. Auf keine kommen wir gleich nochmal zurück. Es gibt noch die 12x24 Schneidematte. Ich komme raus. Die ist ungefähr, beziehungsweise genau doppelt so lang wie die normale 12x12 Schneidematte. Die kann man sich kaufen. Die kann man auch selber machen. Den Link dazu schreibe ich drunter oder setze ihn irgendwo ins Video rein. Dann haben wir hier noch verschiedene Sachen. Portrait, Stempeln. Stempeln mache ich nichts mit. Das ist gar nicht mein Metier. Halte ich mich auch raus. Und dann bleibt noch Picscan Cameo. Das ist die spezielle Matte, die ihr kauft. Ihr kauft ein Papier irgendwo. Da ist ein wunderschöner Vogel drauf und ihr möchtet den gerne ausschneiden. Und möchtet das mit der Cameo machen. Dann klebt ihr diesen Vogel, also dieses DIN A4 Blatt mit dem Vogelmotiv auf diese Matte, die ihr hier seht. Dann fotografiert ihr diese Matte. Schickt das Bild an das Silhouette Studio. Das kann sich das angucken. Ihr bearbeitet, was ihr ausgeschnitten haben wollt. Und dann könnt ihr das ausschneiden lassen. Weil ihr seht wieder, wie bei den Passmarken. Ihr habt hier wieder diese Markierung. Mit denen findet dann das Silhouette Studio die Sachen, die ihr hier drauf gemacht habt. Okay. Wir gehen wieder zurück zu. Erstmal automatisch Cameo. Dann kommt es noch auf die Mediengröße an. Ihr könnt hier auch wieder automatisch. Dann wird automatisch das ganze Blatt genommen. Ihr könnt hier aber wählen Benutzerdefiniert. Das brauchen wir gleich. Erzähle ich euch ganz zum Schluss. Oder A4. Benutze ich immer, wenn ich zum Beispiel Sachen drucken will. Ich habe nur einen DIN A4 Drucker. Und so weiß ich, wo ich arbeiten kann. Das dazu. Dann gibt es jetzt, wie gesagt, hier Benutzerdefiniert. Ja, da gehe ich nochmal weg. Das verwirrt gerade. Was ihr hier noch machen könnt, egal ob ihr Benutzerdefiniert hier eingeschaltet habt oder nicht. Die Transparenz könnt ihr einstellen. Ihr seht das, worauf ihr arbeiten könnt. Ich gehe jetzt mal wieder auf die N4. Dann sieht man es besser. Wird entweder ganz weiß. Wenn ich jetzt einfach ein Motiv erarbeite, kann ich es ja machen und da drauf lassen. Wenn ich es jetzt aber genau platzieren will, weil ich noch einen Restfolie auf die Matte kleben will. Oder ein Rest tolles Papier habe. Dann ist es sinnvoll, diese Raster hier zu sehen. Und das kann ich mit der Transparenz machen. Wenn ich die Transparenz erhöhe, dann kann ich das Raster darunter sehen. Und jetzt zum Beispiel hier nehmen wir mal den Stern. Machen wir nicht zu groß. Genau so platzieren. Ich habe jetzt noch ein Reststück Papier, was genau so hoch ist. Dann kann ich das vielleicht auch nochmal drehen, damit es genau ist da. Und jetzt passt es genau da rein und ich könnte es schneiden lassen. Dafür ist die Transparenz sehr wichtig. Das ist nicht ganz ohne. So, ich kann die Breite verändern. Hier kann ich Benutzer definiert. Dann springt es auch automatisch den Benutzer definiert. Aber wir können hier auch über den Rand gehen. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn ich eine Schneidematte besitze und damit arbeiten will. Deswegen macht es Sinn, den Haken bei Constraint Media to Cutting Matte, das heißt, er begrenzt die Mediengröße auf die Größe der Schneidematte. Und jetzt kann ich hier nicht mehr breiter werden, als die Schneidematte ist. Ich komme einfach nicht mehr darüber weg. Auch wenn es Benutzer definiert ist, ich schaffe es einfach nicht mehr darüber weg. Dann haben wir hier unten noch, das kennt ihr, wenn ich DIN A4 habe, setze ich da an. Ich kann das so machen, ich kann es aber auch querlegen. Wie ich lustig bin, das kennt ihr aus anderen Sachen. So, jetzt nicht ganz unwichtig, wenn ihr mal ein bisschen weiter seid. Und zum Beispiel, ich sage mal, ihr möchtet eine Wandfolie drucken. Ein schönes Motiv und das ist aber in der Mathe, müsstet ihr eine Lupe benutzen, um das lesen zu können. Dann müsstet ihr Folien auch größer schneiden können als diese Mathe. Und das könnt ihr auch bis zu drei Meter mit der Cameo. Die Breite ist klar beschränkt durch die Cameo selber. Bleibt uns noch über die Länge. Bis zu drei Meter lang könnt ihr also schneiden. Dazu muss ich jetzt hier hingehen. Auf keiner stellen N. Wenn ihr eine Folie schneidet, dann besteht die ja aus einer Trägerfolie und der Folie, die ihr schneiden wollt. In diesem Fall ist die Trägerfolie eure Schneidefolie. Ihr müsst also eure Messer auch so einstellen, dass die nur die Folie oben einschneiden und nicht die Trägerfolie durchschneiden. Kommen wir noch zu, kann ich euch nochmal zeigen. Das ist wichtig. So. Das heißt also, keine Schneidematte. Und bei der Mediengröße kann ich jetzt auch eingeben, benutzerdefiniert. Und da... Wieso nicht stören? Gott. Wir machen einen kleinen Cut. Ihr könnt jetzt hier einstellen. Cut. Keiner. Das heißt also auch bei der Schneidematte keiner, denn die benötigt ihr ja nicht mehr, weil eure Folie besteht aus der Trägerfolie. Und der Folie, die ihr nachher aufklebt. Wenn ihr schneidet, schneidet ihr nur die Folie, die ihr kleben wollt. Und durch die Trägerfolie dürft ihr nicht durchschneiden. Denn das ist im Prinzip jetzt eure Schneidematte. Dann die Mediengröße auf Benutzerdefiniert. Das heißt, ihr könnt jetzt entscheiden, wie lang und wie breit das wird. Und in diesem Fall ist jetzt die Höhe, die ihr verändert. Ihr könnt hier ganz normal hingehen auf... Im Normalfall geht der bis 600. Ihr könnt aber jetzt hier auch einfach drüber gehen und sagen... Ich scroll mal kurz raus, bevor ich das mache. 1.000. Denn 1 Meter wäre 1.000 Millimeter. 1.000. Und ich drücke darauf. Und jetzt habe ich hier tatsächlich eine Fläche, die 1 Meter lang ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen Text drauf arbeiten. Und wenn ich jetzt hingehen möchte und möchte einen Text sehen, kann ich hier das nutzen. Und mir das querlegen, wie ich das möchte. Das kann ich dann benutzen. Dann kann ich die Schrift schön sehen. Ich persönlich arbeite aber lieber immer in dieser Version. Das ist der Pfeil. Der zeigt immer an, wie ihr das Material in die Cameo hineinschiebt. Das heißt, wir haben hier unten nochmal die Ansicht drehen. Da könnt ihr also nochmal die Ansicht selber drehen, wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr das so bearbeiten, wie es für euch schön ist. Also es ist eine ganz persönliche Sache. Jetzt stelle ich hier mal wieder alles ein. Also wir halten nochmal fest. Entschuldigung. Wir halten nochmal fest. Wenn ihr längere Sachen machen wollt und nicht mit der Schneidematte arbeiten wollt, dann stellt die Schneidematte auf keine ein. Und die Mediengröße auf Benutzer definiert. Und hier könnt ihr sagen, wie breit oder wie lang das Ganze werden soll. Wobei in der Breite seid ihr ja eingeschränkt. Ist doch logisch. Durch die Cameo, durch die Bauform. Für die normale Cameo spreche ich jetzt. Und in der Höhe könnt ihr bis zu 3000 mm gehen. Bleibt jetzt nur noch, nachdem ich alles zurückgestellt habe, automatisch Cameo. Und ich gehe mal wieder auf DIN A4. Bleibt jetzt nur noch zu erklären, was Druckrand ist. Druckrand ist der Rand, dass wenn ich dieses Motiv jetzt drucken lasse, kleiner Hinweis, das Motiv so wie es jetzt ist, würde nicht gedruckt werden. Weil das, was ihr hier seht, ist nur für euer Auge, damit ihr seht, was ihr tut. Es hat für einen Drucker aber Null. Den Wert Null. Das heißt, Drucker druckt da nichts, weil das der Wert Null ist. Gehe ich hier hin und erhöhe automatisch. Seht ihr, die Linie wird dicker. Und das kann der Drucker jetzt auch tatsächlich drucken. Jetzt sieht er, ah, da soll eine Linie gemacht werden. Wenn ihr dieses Papier jetzt so drucken lasst, diese Ecke wird nicht gedruckt. Sie liegt außerhalb des Druckrandes. Gleiches Problem mit dem Schneiderand. Wenn ihr Sachen habt, die von mir aus jetzt hier so ein bisschen drüber gehen, diese Spitze wird nicht geschnitten. Sie liegt außerhalb des Druckrandes. Wenn ich mal aufs Senden gehe, dann seht ihr das, wenn ich mal so ranzcrolle. Dann seht ihr, dass diese kleine Spitze nicht geschnitten wird. Sie wird euch also nachher im Motiv fehlen. Das solltet ihr beachten. Und beim letzten Mal habt ihr ja gesehen, zu welchen Problemen das führen kann, wenn man Print & Cut macht. Im Normalfall lasse ich mir die nicht anzeigen, aber bei Print & Cut schalte ich die immer ein. So, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen geholfen. Es hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Es wäre schön, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet oder vielleicht auch ein Abo, weil, wie gesagt, es geht jetzt weiter. Es kommen jetzt regelmäßig wieder neue Tutorials raus. Bis dann. Tschüss, eure Cameo Maus.